hallo zusammen dieses mal gibt es kein minecraft video dieses mal ist es ja sozusagen ein hilfe video ein tutorial für youtube videos sicher habt ihr das schon gehabt ihr geht zum beispiel zu euren lieblings videos wollt euch da ein video anschauen ich nehme jetzt mal hier honeyball bin ich ein absoluter fan von die macht ganz tolle videos und dann plötzlich mittendrin zack das video hält an ihr drückt dabei nicht auf pause oder sonst irgendwas es hält einfach an ärgerlich ihr müsst dann erst mal eine weile warten bis das video geladen hat und was nicht alle aber das kann man ändern und da zeige ich euch jetzt mehrere möglichkeiten zum einen direkt aufs video rechtsklick auf einstellungen gehen ja moment ich stelle das hier gerade mal zurück so dann wenn das alles nach unten ist geht ihr hier drauf hier das häkchen rausnehmen in hardware beschleunigung das da steht zwar so vereisungsvoll hardware beschleunigung aktivieren das beschleunigt gar nichts im gegenteil so da nehmt ihr das häkchen raus dann geht ihr hier auf diesen ordner zieht das ganz nach rechts und das war es soweit schon jetzt kommen wir zum nächsten schritt wir gehen hier auf start öffnen das geben hier ein cmd dann klickt ihr hier drauf und dort gibt ihr dann eine zeile ein dich in die video beschreibung einfügen werde nämlich diese hier das bewirkt dass die firewall das nicht mehr begrenzt und so weiter das ist so ganz genau habe ich das auch nicht verstanden aber es funktioniert wunderbar damit wenn ihr das eingegeben habt dann drückt ihr auf enter und wenn alles gut gelaufen ist dann schreibt windows hinterher ok da ich das schon gemacht habe werde ich das jetzt nicht machen wenn ihr enter gedrückt hat und es steht dann vom windows her ok könnt ihr das fenster wieder schließen und das war es danach einfach den browser neu starten video starten und ihr seht hier ich habe das ganze ding in hd in full hd laufen und das video lädt ja also einwandfrei mehr wollte ich euch dazu nicht erzählen ich hoffe es gefällt euch viel spaß beim video schauen auf youtube bis zum nächsten mal und tschüss